Alter, wie viel von deinen Viechern gibt es denn? Warte mal, die sind... Hä? Aber wenn ich jetzt das mache, ist er dagegen dann resistent? Ne. Ah, hat das Schwer denn Feuer drauf oder irgendwas? Nur eine lefte, um es zu beendet und zu beendet. Ich sehe dich! Was für eine Finale! Schau deine Energie, alle! Das wird es. Ich fühle mich stärker. Ich meine, ich werde nicht nur auf Makine. Oh! Hey! Wieso würde jemand... Die Statue eines Heiligen. Was ganz edles. Luis! Maximum Alarm! Ich kann mich nicht mehr fühlen. Luis! Warum? Wär da sonst noch was, da geht eine Treppe runter? Hey, guter Job! Ja, wir sind sicher hier. Hey, du hast etwas gefunden! Ah, da ist so ein Raum. Gehen wir kurz rein, um dann zu aktivieren. Warte, 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 was sind das? Nein, ich hab... Speckdreer. Ist ja auch Speck. Ah, Reflexion. Alter, was geht denn ab, ey? Wie wärs, wenn die nur noch angreifen? Kann niemanden, geh ihn zurück auf seinen Fuß. Ich lasse dich nicht sterben. Danke. Healer! Bleib stark! Einen für den Kapitän! Lass uns weitergehen! Gehen wir ihn zurück! Stroll wurde zerbaut. Kann niemanden, geh ihn zurück auf seinen Fuß? Hey, lass uns! Und dann kriegst du kaum was vor dir hin, obwohl sie dir voll den Arsch versorgen. Ich werde ihn nicht behalten können. Was? Ey, komm schon! Ach so, aber normaler Angriff zieht, weil er das Feuer ist. Tatsächlich. Das müssen wir erstmal checken, dass sein normaler Angriff nicht als Feuerangriff zählt, sondern... äh, nicht als Schlagangriff oder... Schwerangriff zählt, sondern als Feuer. Ich denke, das würde ein Verwendung sein. Aber alt sind die Ätzeln, diese Drecksviecher. Oh, ich denke, sie sehen uns! Das funktioniert! Das ist ein Färm! Halt die Kraft! Du hängst da drin? Du bist nicht so leid, oder? Hey! Du hast etwas gefunden! Halt die Kraft! Ich bin fast! Halt die Kraft! Halt die Kraft! Oh, scheiße! Sie sterben! Ich werde mit dem... Los geht's! Flare! Bleib stark! Es ist nicht alles! Ich werde dich schützen! In der... Was? Ansonsten, der Verwaltung hat mich erzutelto. Warte! Könnt jeder es ziehen? Guck mal! Ich habe es bloß, wie ich da wegreit? Ach, was jetzt?! Wobei, ich hab doch! Oh! Sie sehen uns! Hier ist noch ein Gefahr. Bleib auf. Bleib auf. Bleib auf. Ey, die sind voll ätzend zu bekämpfen. Zwei? Ach Gott, ja, weil es der Margie-Angriff ist. Oh, ich bin so endab, ey. Warte! Diese Geister zerstören sich selber. Was ist denn? Die goldene Stadter regiert auf die heilige Siegelkette. Ist das die Heißkette aus der Schatz-Zurie vorne, dann müsste sie plötzlich... Was? Bombalabomber. Es war einmal eine Überraschung. Mit so einer Vorrichtung hatte ich nicht gerechnet. Ich schätze, die Heißkette war der Schlüssel dazu, die Statue zu bewegen. Darum wurde sie also in der Schatzzurie versteckt. Es scheint tatsächlich die Art magisch Schlüssel zu sein, heißt es, der Schatz, vor dem der Mönch gesprochen hat, liegt irgendwo hinter diesem Bereich. Das wäre der Fall. Da hinten ist eh das Ding. Deswegen sind diese scheiß Geister plötzlich weg. Oh. 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 Was mich persönlich jetzt schon wieder stört Das fällt mir aber gerade erst auf In jeder Leiche steckt meistens die Waffe drin Was zur Hölle wie viele Waffen habt ihr eigentlich dabei Okay in der nicht Da steckt wieder die Waffe drin Der hat die Waffe drinstecken Also ich komm nicht zurück Wenn ich oben drüber laufen will Das heißt ich muss andersrum Muss wahrscheinlich erst mal Wobei ich hab ja Hammer dabei Alle heilen hab ich auch dabei Wird schon gehen Oh ich bin so im Arsch Und nicht als wir von oben geschaut haben Als würden die Burschen auch den Kristall beschützen Und uns von ihm angezogen Immerhin das ist ein Hindernis Und falls ja nicht erinnert ist Eins das sich in Ruhe Gewalt überwinden lässt Das heißt es stören Sollte sich die Massbarbarriere auflösen So lange Dann lasst ihn uns zerbrechen Zum Regrammanten gehen Sieht oder klingen Wir lassen uns kein Einheimnis auffalten Oh Gott Es entführt Let's make an end of it No It's okay Let's set it up No This won't work Let's go Stimmt er mit einem Schlag Ich glaub schon So stark war Was? Oh man ich hab vergessen Dass sie das war Ich dachte der Stroh ist dran Verbraucht einen Ganzen? Oh Warte was? Was soll das jetzt? So weg mit dir 500 EP bei den Spastis? Was so Hölle Ist aber auch bloß ein Bossgegner Vorteil Damit werden die Monster leer Es bleibt nur noch der Kristall Sollten ihn rasch zerstören Weißt du was er nicht wohl? Gut Gut wird das die Barriere auflösen Das sollte es Jetzt können wir rausfinden Ob der Aufzug funktioniert Endlich Gehen wir zurück Und sehen nach Es ist schon als wäre die Barriere durchbrochen Und der zweite Kristall zerstört Warte mal Der hat ein drittes Auge Ist der dann auch ein Was war das? Masopilami? Ne keine Ahnung Masari Maserati Die Eindringer werden es doch sicherlich Bis in die oberen Etagen geschafft haben Mit den Leichen allein konnten ihnen Keinen Einhalt gebieten Diese Ratten hier sind trotzdem Kein schöner Anblick Geh und vernichte die Eindringer los Zu Befehl Betrachte es als Leder Versagen ist keine Option Unfähig wird Was der Lewis Armee nicht geduldet verstanden Selbstverständlich Wir werden zeigen Wozu wir fähig sind Ist es wirklich? Es ist schwer vorstellbar Dass die Staatsarmee So weit vorgedrungen ist Womöglich die Gruppe Die Magie einsetzt Die ich noch nie gesehen habe Sie können so viel kämpfen Wie sie wollen Sie werden die Katastrophe Nicht aufhalten können Warte mal Der dritte Auge Aber er hat auch Links ein Horn Ist ein Mischmasch Nun dann Sollen wir zum Aufzug zurück Gehen wir Gehen wir Großer Weiß Haben es halt zurückgeschafft Ich glaube weiter vor Müssen wir Mit der bitterten Widerstand unserer Gruppe rechnen Wir sollten uns am besten Jetzt doch vorbereiten Äh Ja Aber ich will trotzdem Was jetzt? Ich muss mir noch Diesen Gegenstand Holen Warte mal hier Oh ne Das ist ganz anders Aber es muss Die richtige Richtung sein glaube ich Was sind denn da Alles ist ziemlich standard. Warte mal, warte mal, wo muss ich hin, um zu der Statue zu kommen? Da hinten rechts. Boah, ich war eigentlich schon da in der Nähe. Das ist mir gedacht, aber ich probiere die andere Treppe aus. Oder ich bin jetzt eins zu hoch, das kann natürlich auch sein. Na, fuck it, Alter, ich bin wieder eins zu hoch. Ah, das ist da hinten, die Ding. Aber warte, hier geht's rum, ne? Ah. Und, und? Das ist großartig, das ist unglaublich. Ein schön glänztes Gewand, das alles reflektiert, was unrein ist. Marky plus 3 erhöht Ausweichen gegen Finsternis. Hm. Stark. Stark. Egal. Ah, okay. Das ist dann hier. Oh, da unten sind die Drecksviecher, ey. Gut, dann gehen wir wieder hoch, speichern. Again. Und wir sollten dann aber auch... Ich meine ja, das Glücksjuwel. Windzünder, Lichtzünder, Feuerzünder. Woh, 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 woh. Wen hab ich jetzt nicht mal ausgerüstet? Feuerzünder, Alter. Ich wollt bei dir den Wind eigentlich haben, oder? Ja, er hat stabiles Amulett. Ausdauer, plus 3. Feuer, Licht, Wind. Der Aufzug ist weg. Lass mal, Barriere ist weg. Jetzt können wir den Aufzug nehmen und... Was soll da wohl ein Witz sein? Der Aufzug ist weg. Hat der fein Wind davon bekommen, dass wir hier sind? Verdammt, was machen wir nur? Seht über uns, es kommt runter. Oder er kommt runter. Verdammt, das sind die Weißloden. Müsst die Ratten sein, die hier umherhuschen. Um ehrlich zu sein, war es unerwartet, dass ihr die Barriere beseitigt habt. Aber ich fürchte, euer Verstoß... Euer Verstoß? Euer Gegner ist das Weißloden-Trio. Entschuldigt, dass ich euer Enthusiasmus störe, aber wir haben viel gekämpft, um diesen Aufzug zu erreichen. Werd ihr so freundlich, um es durchzulassen? Ganz genau, wir werden den Nekromanten fangen und dem Ganzen an Ende setzen. Wenn wir mit Worten nicht weiterkommen, müssen wir eben Gewalt anwenden. So läuft das bei uns. Ja, diesen Ort nicht leben, verlassen. Ich werde euch gleich hier vernichten. Macht euch bereit, da kommen sie. Ah ja, stimmt, aber das kann ich machen. Warte, was zur Hölle ist das jetzt? Mit ihm? War das nicht immer wieder Ding? Warte, was zur Hölle ist das? Vielleicht nicht. Ich bin wieder zurück. Healer! Light! Let's go! It burns! I missed! Brace yourselves! Captain, you've been burned! You'll take more damage this way, so be careful! Join with me! Ich weiß auch, lustiges Stichschaden und dann voll die Riesen... Oh, scheiße, nur. Die waren jetzt nicht schwer. Eisstab. Oh. Und noch ein Lichtzinder. Ich will streben, um diese Power wiser zu benutzen. Oh, wir haben gewonnen, wie auch immer wir das geschafft haben. Ähm, wir waren voll easy drauf, Alter. Aber es sieht aus, es könnten wir den Aufzug jetzt verwenden, endlich. Wollte reingehen, sollten wir uns vorbereiten. Verstehst du? Okay, von der Magie her brauche ich eigentlich nicht viel Reisen, hätte ich gesagt, ne? Das dürfte eigentlich passen. Joachim, ich weiß. Und trotzdem fühle ich mich besser, wenn ich speichern kann. Kommt jetzt da ein echter Boss? At last Hier hinter wird sich die Festung des Feindes befinden Endlich, der Nekromant wird auch dort oben sein Ja Zweifellos, das Königsseptor hinter dem er her ist Befindet sich auch dort oben Machen wir uns auf den Weg Wir können sie nicht einfach schalten und walten lassen, wie sie ihm passt Schau mal, wie geht es? Scheiße, es hat einen Aufberg, den Penner. Toil der Medizin, sehr cool. Ich denke, das sind alle von ihnen. Dritte Tatverrunde oder was? Haben die ein scheiß Bild von ihm schon aufgehängt? Ich sieh's. Ist das ein Porträt? Ich habe davon gehört, dass das Porträt vergangener König im Zentrum der großen Kathedrale aufgehängt wurden. Seht mal, alle Gemälde wurden entfernt und in ihrer Stadt, äh, er seine Lord Louis gesetzt. Das ist Zorba, dieser Schurke. Zorba ist, dass sein Name klingt, als würdest du ihn kennen. Nur flüchtig, schon ganz früher war er berüchtigt. Louis war der Einzige, den seinen Ruf nicht interessiert und der ihn unter seine Fittiche nahm. Wofür berüchtigt? Oh Mann. Zu Beginn meiner Ritterzeit war er ein Armee-Ingenieur. Er war sehr begabt mit Magie und die unbelebte Materie belebt, aber sein ruhiger Angriffszauber war in erbärmlich schwach. Seine Vergangenheit war ihm keine Hilfe von niedriger Geburt und ein Halbblut der Mustari-Heiden dazu, ein weiterer Außenseiter für die Armee. Nur Louis hat das Potenzial seiner Belebungskräfte, es war eine subtile Kunst, aber einen mit großem Nutzen. Er konnte sogar die Toten führen, wie ihr gesehen habt. Er muss sich Louis vollständig hingegeben haben. Der Zorba, den ich kannte, war ein ernster junger Mann und eher distanziert. Ja und es ist er durchgeknallt und belebt Tutte wie der Spassi. Es ist also nicht bloß ein Taktieren, er hat das Gemälde aus reiner Anbetung aufgehängt. Es gibt wenige Dinge, die gefährlicher sind als ein Eiferer. Bleiben wir wachsam. Mit Krone und allem drum und dran. Porträt des ehemaligen Königs wurde vernachlässigt, sie sind alles mit Löchern durchgesetzt. Achso. Ah, ok. Kann ich ja nix aufnehmen, das stört mich, dass die auf der Karte ist. Ich würde sagen, wir sind ziemlich matcht. Wir brauchen sie. 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 Achso, warte mal, sind sie ja. Du hast ihn nicht gewöhnt, wir brauchen sie ja. Und alles. Oh, ich habe mit ihm keine Feuer. Scheiße. grenzen des feld erst mal das feld abziehen der lebt noch dass die alle flächen angriffe haben was soll denn der scheiß ich habe kaum irgendwelche flächen angriffe den einfach zu wenig ab mit dem ding die 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 Ja, gut, sie soll nicht auf Stärke ausklicken, ne? Weil ich mit mehr Stärke durchrennen wollen würde. Ja, gut, sie soll nicht aufstehen. Ja, gut, sie soll nicht aufstehen. Ja, gut, sie soll nicht aufstehen. Ah, überlebt der Spasti auch noch. Ach so, warte mal, ich hab ja eh noch ne Runde. Rang 15 und Rang 14 sind sie mit ihren Dingern mittlerweile. Ja, ich soll vielleicht echt neue Dinge ausprobieren, aber ich hab die Ausrüstung gar nicht dazu für die. Hä? Ja, er ist hier. Ja, ich hab's nicht so gut. Ich hab's nicht so gut. Ich applaud Ihre Resilienz, wenn nichts anderes. Die Sanctuary war all but flooded mit Maglar. Zorba, war das dein Ding? Du hast mich gehört? Also, als Lord Luisa's influence, ich glaube, ich sollte nicht beherrschlafen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das Bizarre Maglar Crystals. Sie sollten natürliche Formen in a place like this. Sind Sie responsible für sie? Hm? Oh! Du meinst die Melancholia Crystals. All I did was place a passable core or two along the path to make it easier for them to form. Melancholia... Crystals? Ja. Little more than a parlor trick to block your path using the newly formed crystals. All magic is derived from motes of Maglar. What you saw was just one possible crystallization of it. One that drives mortals to madness. Hmph. Speaks sense. You claim this horrific aberration is something natural. That you had only the barest hand in its power? Melancholia, pure and simple. The result of pure Maglar at its most dense. Man or beast, any wretch who feels its power will go berserk. They'll see anyone as a threat. Some have their bodies hardened like scales. Some their very bones twist inside them until they're something else entirely. Melancholia, what are you trying to achieve? It's the Scepter you're after, isn't it? You certainly ask a lot of questions. I'm afraid I haven't the time for answers. There is much yet to prepare. Hey! I'm not done talking to you. You've done nothing but talk. Perhaps you should have listened instead. Is this... a piece of bone? I had to find some use for the scattered pieces I couldn't animate into soldiers. And now I have three more fools to grind down for the pile. Look out! Take cover! Don't fancy our chances making it through that. What do you think? Können wir die Knochen aufschlagen? Maybe if we hit the bones hard enough? We've no weapons that could hit them at such distance. How about we fall back for now? There's not much we can do here. I don't like it, but we've no other choice. Let's fall back. It really has been one nuisance after another here. I suppose my crushing you will be the last lesson you learn. Come to me if you can! That damned Sorba. He would go to such lengths to desecrate the royal's legacies. Damned frustrating to get stuck after coming this far. No other paths either. Are we just going to have to charge through? We cannot evade such a barrage. Nor will our armor protect us fully. There has to be a better way. We could use a shield. Or something close enough to it. A shield? Well, for lack of a shield proper. Can you think of anything we might use? A shield of Louis. The painting of Louis. What? From the portrait hall? Ah, of course. A marvelous gambit. If we shield ourselves with Louis' portrait, Sorba may well refuse to fire upon us. But it's just a flimsy painting. A painting. A painting that he took the trouble to protect, transport and mount. If he truly worships Louis, might he not hesitate to shoot it? Point taken. I suppose it's our best shot. What? You degenerates? That's... Don't mind us. We've rubbish to dispose of. Rubbish? You heavens! I'll pulverize you! Try if you like. Be ashamed to destroy your lord Louis' pretty face though. Grr! Grr! Underhanded, treacherous little! That's rich coming from you! Silence! You witless incompetence! I can't hurry here any longer. I have important things to do. However, you defile Lord Louis with this. This blasphemy! You'll pay. I swear, I'll- Ugh! So it's desecration when it comes to his lord. But the sanctity of the dead means nothing. No kidding. We must be getting close. Bist du so ein scheiß Ernst? Wir haben ihn mit dem fucking Bild besiegt. Hahaha. What? Der scheiß kleine Stiefel lecker, alter. Der geht aber noch in eine andere Richtung. Die hab ich mir gar nicht angeschaut. Vor allem, wie sie halt dieses scheiß riesige Gemälde transportiert haben. Vor allem, wie... Ob das überhaupt durch die Tür geht? Vor allem, wie einfach da steht, hallo, wir haben ein Gemälde und du nicht. Ja, warte mal, da ist ja nix. Achso, da sind auch die Könige oder was? Das sind noch andere... Wow, jetzt bin ich deswegen zurückgelaufen. Toll... Tool... 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 Ähm... Was zur Hölle?! Super Zähnchen oder was? Man liebt aber Homo Tenta. Also sind das menschliche Zähne oder was? Wenn da auch Homo dabei steht. Und 80 auch noch. Zieht die Hulkenberg jetzt mehr ab, Alter, weil das menschliche Zähne sind. So halt Mensch, halt Biest oder irgendwie sowas. Ist ja der andere dazu. Blocktest bei dem normal und Feuer mag er nicht. Haben die unterschiedliche Stärken oder ziehe ich immer unterschiedlich ab? Schau mal hin, der Kommission zähne ich muss weg. Oh, was ist denn das? Bis ich ihn auch nicht wirklich durchgesen und durchdrehen. Ja komm, haut drauf einfach. Mir fehlt bei so einem Spiel dann meistens auch in Schnelligkeit. Ich meine klar durch automatisch kämpfen geht es wahrscheinlich nicht schneller hab ich nicht ausprobiert. Oh fuck was ist denn? Warum ist das so eine Gretel hier? Das ist ja das normal dagegen. Sie sind ziemlich schwer. Heiler be careful. Light. I stand ready. With blade in hand. Ohja die haben ja. Wow und wenn sie reflektieren. Nein. Jetzt hab ich denk mal. Ey du kannst halt keinen scheiß Knopf drücken ohne dass irgendwas passiert. Ich wollte eigentlich das drücken. Also Feuer ist auch nicht anfällig. Okay gar gegen ist er. I shall fight as the noble I am. Try some of this. Two remaining. Double. Droll always comes through. Only two enemies left. Stay sharp. Flair. Last one. Last one for the captain. I'm stepping back. Let's keep it going. There. Palkenberg got them right in the weak spot. I will fight with pride. Healer. Maybe not. Heal. Great job everyone. Talk about a close call. Into the frame. Only one left. Finish them off and we're clear. Palkenberg got them right in their weak spot. I can't afford to our closing the distance. I call upon her royal power within. Right on target. It's okay. Oooo. We can do this. Lend me your strength. Und weg mit dir. Alter, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Drecksvieh so stark ist. Ich dachte, der Herr ist zwar ein Mensch, aber... Wir sind noch mal eins. Kannst mich mal. Oh, ist das nicht ein Ding? Ja. Alter, ich habe eigentlich fester begrechnet, wenn ich jetzt meine 2 Stunden, 2,5 Stunden, was ich jetzt vor hatte zu spielen, dass ich auf jeden Fall das Besuch habe. Aber holy shit, die sind ja voll lang, Alter. Ich bin gespannt, wie viele da noch kommen. Jedenfalls bedanke ich mich an der Stelle für das Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns da wieder in der nächsten Folge von Metaphore Fantasio. Bisher bockt sich echt. Ich mache ja jeden Kampf. Es gibt Situationen, die fucken mich ab. Aber gut, es... Mich fuckt immer wieder was ab. Also, wer meine Let's Plays kennt, weiß ja sowieso. Hat man eigentlich immer nur 3 Charaktere? Oder hat man später dann sogar 4, die man zusammensteuert? Das würde mich interessieren. Wie ein Persona? Weil da waren es ja auch immer... Waren es immer 4? Ja, es waren eigentlich immer 4. Oder? Doch, glaub schon. Scheiße, Alter, ich habe es zweimal durchgespielt. Das sind insgesamt 200 Stunden Spielzeit, Alter. Und ich habe keine Ahnung mehr. Plus Persona 3. Ne, Persona 3 waren es plus 3 Charaktere. Oder? Nein, da waren es auch 4. Ach, ist egal. Danke für's Zuschauen, macht's gut und servus.